so hallo und willkommen zu einem ich weiß nicht was es wird wie so oft bei dingen die ich aufnehmen ich bin die letzten tage ich will nicht sagen in mich gegangen aber ich habe mich inspirieren lassen bzw ich habe mir mal gedacht nach langer zeit ich krame mal in meinem kopf mit hilfe von youtube listen sämtlicher konsolengenerationen die ich vielleicht mal hatte mit spielen die ich mal hatte um die vielleicht mal irgendwie in einem format zu verpacken bin da noch nicht ganz durch weil es dann doch etwas viel und etwas viel das ich irgendwie besorgen muss egal ich bin angekommen bei level millionär in dem fall die junior fassung es gibt wohl vier spiele für die playstation 1 etliche auf pc ps4 habe ich auch gesehen ich möchte mich auch mal in die quiz reihe wagen ich glaube eins von den millionär spielen hatte ich tatsächlich früher es dürfte das erste gewesen sein nicht mal junior sondern wirklich erste sag mal richtige ding dennoch dachte ich mir ich mach mal junior einfach keine ahnung mal gucken wie mein kopf so bestellt ist natürlich ziel die millionen fett die mille abräumen eine millionen mark in dem fall noch schön ich weiß noch nicht wie lange ich mache wie viele versuche ich ansätze bis vielleicht jetzt ich meine grenze wenn ich 32.000 schaffe und danach egal dann beende ich das video danke 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 was für optionen dankst du mir schon mal kein ingame die saunter umstellen muss ich gar nicht das war die moment da war die vorspultaste das ist schlecht wieso ist die vorspult ich hasse diesen retro arch die einstellungen sind für die tonne ich habe doch vorspulen auf die die space taste gelegt das ist jetzt wieder falsch hier habe ich wieder steam an sekunde damit steam hat das probleme ich mache steam mal aus so ich bei der letzten aufnahme gemerkt dass mir steam da irgendwie rein grätscht opa das wurde die nicht jetzt passiert auf kreis nämlich nichts wenn ich sie man habe und retro arch spinnt hier alles danke vielen dank ich hoffe der typ ist nicht zu laut zu dem typ sage ich gleich auch noch was weil mir seine stimme bekannt vorkam aller herzlichsten dank nur dafür dass ich eingebe ok hier kommt die erste frage wie viele kandidaten möchten am spiel teilnehmen der typ ist eindeutig zu laut wenn ich meinen ausschlag beim obs betrachte hey wer will denn alles mitspielen hey schrei nicht meine leute zu die sich das angucken wenn sich das jemand anguckt so jetzt darfst du reden also dann wie viele kandidaten möchten ihr glück versuchen ist immer noch so laut normal ja in game und und voice hey wer will denn alles mitspielen typ aufzuschreien hey spielt alle mit das spiel ist geil wir blamieren euch bis auf die knochen alleine oder mit deinen freunden was für freunde forever alone will der mich triggern der typ ok hier kommt die erste frage so das dürfte gehen wie viele kandidaten möchten am spiel teilnehmen solange der nicht schreit ja ist ja gut ich mach ja schon wir beide du und ich und der computer bitte gib hier deinen namen ein ja wie wohl wie ich schon mein ganzes leben lang heiße also dann willkommen bei einer neuen ausgabe von wer wird millionär okay vielleicht hat man mit der zeit ja immer dieselben fragen viel glück wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an hier kommt deine 100 mark frage man kann es nicht überspringen das gesalte süße von dem und der typ übrigens synchronstimme von tom hanks die deutsche wenn ich mich nicht irre welche schuss trugen ritter am kampf gasmaske fehl rüstung taucherglocke natürlich 100 mark wenn ich es weiß muss ich es nicht aufdröseln oder das erklärt sie ja von selber na klar jetzt geht es weiter mit der 200 mark frage welches tier trägt sein leben lang ein panzer mit sich kröte eidechse schildkröte regenbogen bingo 200 mark gröte eidechse schildkröte schildkröte ja ganz schlapp 300 mark wenn du diese frage richtig beantwortest show me wo kann man artisten tiere und deren kunststücke bewundern im zirkus warum ist das immer antwort c gerade also du meinst es ist c ja du quatschst mit da nicht rein 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 ich lass mich nicht von dem betoppen noch zwölf fragen bis zur millionen aber zuerst möchte ich für 500 mark eine antwort auf diese frage welcher tag kommt gleich nach dem ostersonntag aschermittwoch ostermontag christtag rosemontag du meinst also es ist antwort b ja bist du sicher 500 mark du hast noch alle drei joker den 5050 joker den telefon joker und du kannst noch das publikum befragen ich würde auch eher eine frage und 1000 mark gehören dir und hier kommt sie ich würde auch eher dass ich bei den ersten paar fragen joker verschwinde tatsächlich falsch antworten wenn es sein muss damit ich von vorne anfangen kann welches dieser fliegenden tier ist ein vogel gleithörnchen fledermaus flughund schwalbe soll ich die antwort annehmen schwalbe oder auch ein fußballer nation egal bist du da absolut sicher und mit recht die 1000 mark gehören dir dankeschön ich habe 1000 mark gewonnen ich würde gerade sagen kommt nix gratuliere 1000 mark hast du schon mal sicher und hier kommt auch schon die 2000 mark frage jo die menschlichen fünf sinne sind schmecken hören riechen tasten und sehen weinen weinen denken das machen zu wenige sehen glaubst du wirklich ist es die 1000 mark und 1000 mark sind 2000 mark glückwunsch wenn ich weiter so schnell antworte kann es durchaus auch passieren dass ich mich reinreite weil ich nicht richtig lese weil ich zu selbstsicher bin bei 2000 mark mit dieser frage kannst du deinen gewinn verdoppeln i know ach gott münchen das sehe ich gar nicht erst vor und was kommt nach 2000 mark 4000 mark glückwunsch los weiner kommt das jetzt nach jeder frage dass ich erstmal zugelabert werde frage nummer acht ist 8000 mark wert ey lass dir zeit du musst nicht antworten sehen wir uns erstmal die frage an ich muss nicht antworten ich muss wohl es kommt mir nicht weiter hier geht ja nicht welchen beruf hatte josef laut bibel oi zimmermann mechaniker bäcker schlosser oh bibel ähm ich bin alles andere als bibel leser obwohl man natürlich im religionsunterricht in der schule damit konfrontiert wurde aber es hat mich so nie interessiert tust bis heute nicht ähm es geht um 8000 mark denk in aller ruhe nach wenn du falsch antwortest fällst du auf 1000 ich weiß ich kenn die sendung ich tendiere zum zimmermann bin aber nicht sicher deswegen äh nehme ich mal das publikum klar wie du willst fragen wir das publikum ich hoffe das hilft dir weiter super das ist ein klares votum für antwort ich hätte es nehmen sollen ich war mir nur nicht sicher ich war mir nur nicht sicher ja tue ich tue ich tue ich ich war mir nicht sicher muss ich absichern ne soll ich die antwort annehmen meinen herzlichen glückwunsch du hast eh 8000 mark gewonnen joker verschenkt ah scheiße hm du weißt du spielst jetzt um 16.000 mark alles was ich von dir will ist die richtige antwort auf die nächste frage und da ist sie schon es wird immer alles verdoppelt so ein bisschen mathe kann ich noch wow wer moderiert tv total heute ist das Sebastian Puff Puff damals war es Stefan Raab aber was haben wir denn hier für andere Möglichkeiten Harald Schmidt Jörg Pilawa Thomas Gottschalk Thomas Gottschalk echt jetzt Jörg Pilawa der macht heute viel den sieht man sehr sehr oft im Fernsehen Harald Schmidt hat sich völlig zurückgezogen glaube ich und Gottschalk hat jetzt mit Wetten dass endlich mal aufgehört ne nicht oh oh ich wollte nur was erklären Stefan Raab also hör mal wenn du die Antwort angenommen haben und du hast kein zurück mehr möchtest du deine Meinung noch ändern nö wie ob die Antwort richtig ist ja klar 16.000 mark für dich have sus hasst! gell? haeche du kannst immer noch einen Freund anrufen oder das Publikum befragen guck mal kommt die erste Frage die Das klingt jetzt blöd, wo ich mich richtig anstrengen muss. Es ist die Junior-Fassung. Wenn ich da versagen würde, wäre es irgendwie peinlich. Mein eigener Anspruch so, ne? So, Frage für die nächste Hürde. Welches ist die Satire-Lüfte? Da haben wir schon ein Problem. Tiger, Gepard, Jaguar, Leopard. Tiger ist es nicht. Gepard oder Leopard? Da komme ich immer durcheinander mit den Zweien. Oder der Jaguar? Ne. Ich glaube, der Gepard. Wenn ich jetzt ein Fifty-Fifty nehme, habe ich das Problem, dass B und D stehen bleibt. Dann hängen wir da wieder. Und Telefonjoker? Wenn du einen fragst, ne? Du kannst 20 Milliarden Antworten haben. Wenn du diese Frage richtig beantwortest, gehst du heute mit mindestens 32.000 Mark nach Hause. Ach. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, grenzen wir die Antwortmöglichkeiten ein wenig ein. Computer, bitte lösche zwei falsche Antworten. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ja, es hilft mir weiter. Danke. Ist das dein letztes Wort? Gott sei Dank. Oh Mann, dein Sparbuch wird sich freuen. Du hast eben 32.000 Mark gewonnen. Tiger ist zwar sehr, sehr schön. Sind alle vier. Aber nicht der schnellste. Obwohl ich dennoch nicht von einem Tiger verfolgt werden will. Boah, Donnerwetter. 32.000 Mark hast du schon sicher. Aber es könnte noch mehr werden. Bevor du jetzt überlegst, was du mit dem Geld alles anfängst, solltest du noch die nächste Frage richtig beantworten. Es geht um 64.000 Mark. Ich kann jetzt schon überlegen, was ich mit dem Geld mache. Es gehört schon mir. Ich habe die zwei Joker verschenkt eigentlich. Wenn man so will. Ja. Man will sich absichern. Äh, das war Dustin. Ne Quatsch, Robin Williams war es. Wer spielte die Rolle des Peter Pan im Film Hook? Robin Williams, Bob Hoskins. Der sagt mir grad noch nicht mal was. Dustin Hoffman, Jim Carrey. Das war Robin Williams. Oder Sekunde. Dustin Hoffman. Es macht keine Scheiße. Ich habe gerade sofort an Robin Williams gedacht. Der Jim Carrey fällt weg. Den kenne ich wie gesagt gerade nicht. Es kann nichts passieren. Aber wenn ich weiterkommen kann, das ist eine Frage, die ich beantworten kann. Ähm. Ähm. Nee, Robin Williams war... Dustin Hoffman glaube ich doch. Ich nehme Dustin Hoffman. Letztes Wort. Du hattest bei dieser Frage nichts zu verlieren. Zum Glück. Die Antwort ist nämlich falsch. Scheiße. Die richtige Antwort wäre A gewesen. Mann, warum? Ist ja schrecklich. Ja. Muss man nicht erzählen, wie viel Glück ich hatte. Ich will nochmal spielen, komm. Bitte. Bin auch gleich mal da oben gelandet. Das ist ja auch nicht schwer bei den Vorgaben. Ach, Mann. 15 Fragen trennen dich von der Million. Ja, komm. Du hast drei Joker. Den Fifty-Fifty-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Bist du bereit? Okay, es kann losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Are you ready? Yes, I am. Ich will mich reinreiten lassen. Der erste Impuls. Das Bauchgefühl. Der fünfte Tag in der Woche ist der Freitag. Hey, Glückwunsch. 100 Mark. Ein Hunni. Aufgepasst. Hier kommt die 200-Mark-Frage. Welcher Wurm kann lesen? Bücherwurm, Bandwurm, Regenwurm, Spulwurm. Nee, Bücherwurm. Genau richtig. Das sind 200 Mark für dich. Da denke ich sofort an das kleine Würmchen von den Tiny Toons. Glaube ich war's. 200 Mark, wenn du diese Frage nicht beantwortest. Ich weiß nur nicht, wie er hieß. Welche Frucht ist kein Beerenobst? Oh je. Es steht ja da, ne? Stachelbeere, Erdbeere, Heidelbeere, Apfel. Glaubst du wirklich, es ist D? Na, wer sagt's denn? 300 Mark. Ich dachte jetzt, er wollte mich reinreiten. Kann ja auch gut passieren, dass man sich verliest oder es nicht richtig versteht. Also im Augenblick stehst du bei 300 Mark. Na, das sieht doch super aus. Werfen wir mal einen Blick auf die 500-Mark-Frage. Wenn der Zahnarzt ein Loch im Zahn findet, dann leidest du an Karaoke, Karate, Karies, Karens. So, jetzt geht's jetzt. Karaoke klingt gut. Bleibst du bei Antwort C? 500 Mark. Du hast noch alle drei Joker. So, aufpassen. Du stehst vor der wichtigen 1000-Mark-Hürde. Noch elf Fragen bis zur Million. Konzentrier dich doch. Hier kommt eine Frage. Was beseitigt das englische Wort Bicycle? Äh, Fahrrad. Also D. Soll ich diese Antwort annehmen? So, die 1000 Mark kann dir keiner mehr nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin beeindruckt. Du bist jetzt in jedem Fall um 1000 Mark reicher. Mit der nächsten Frage kannst du deinen Gewinn verdoppeln. Bist du bereits in 2000 Mark? Mir fällt gerade auf, dass mein Headset ausschlägt obwohl es das gar nicht sollte wenn ich nichts mache. Aus wie vielen Ziffern besteht in Deutschland eine Postleitzahl? Fünf Vier ist, glaube ich, woanders Hier sind's fünf Glaubst du wirklich, es ist D? 1000 Mark und 1000 Mark sind 2000 Mark, Glückwunsch Okay, du bist noch neun Fragen von der Million entfernt Langsam winkt das große Geld Sehen wir uns die nächste Frage an Es geht um 4000 Mark Welche Jahreszeit beginnt am 21. März in Deutschland? Das müsste ja Frühling sein Ja doch, Frühling Sommer ist später Du sagst also A Und was kommt nach 2000 Mark? 4000 Richtig, 4000 Mark, Glückwunsch Du hast noch alle drei Joker Na, so ein ganz bisschen nervös Nö, nö Ich bin eher nervös um den Ausschlag in meinem Headset Was da nicht sein sollte Aber zuerst musst du die 8000 Mark Frage beantworten Viel Glück Marius Müller-Westernhagen ist ein Deutscher Fußballspieler, Sänger, Afrika-Forscher, Astronom Du sagst also Hä? Sexy Was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? Unter anderem Und jetzt hast du 8000 Mark So, du stehst momentan bei 8000 Mark Nur noch sieben Fragen bis zur Million Na, wie sieht's aus? Machen wir weiter? Ja, für 16.000 Mark möchte ich folgendes von dir wissen Wer erfand die Sendung, wetten das? Gerhard Lippert, Frank Elsner, Karl Dall, Thomas Gottschalk Müsste Frank Elsner gewesen sein? Tja, so schnell kann man um 16.000 Mark reicher werden Juhu Jetzt komm ich mal dahin, wo ich hin will Ohne Joker zu verlieren, hoffentlich Ich bin noch nicht da Du hast noch alle 3 Joker Pass auf Wenn du jetzt aufhörst Gehst du mit 16.000 Mark nach Hause Ich hör aber nicht auf Wolltest du dir die nächste Frage wenigstens ansehen Es geht um sage und schreibe 32.000 Mark Das ist aber nett von dir, dass du mir das so erzählst Wie nennt man einen Schutzwall gegenüber Schwimmungen und Sturmflut? Teich, Brücke, Deich, Mauer Die Mauer, ne? Nein, da haben wir es schon wieder Erster Impuls war Mauer Schutzwall Das ist ne Mauer, ne? Über Schwimmungen und Sturmflut Wenn du dir richtig beantwortest Gehst du heute mit mindestens 32.000 Mark nach Hause Ich seh da so ein... Ja, Mauer, komm Wenn es so ist, dann ist es so Ganz sicher? 16.000 Mark minus 15.000 Mark What? Sind nach Adam Riese 1.000 Mark Denn die Antwort ist voll komplett falsch Tja Es ist doch ein Deich Wenn man keinen Joker verschwenden will Und dann denkt Ach komm, nimm einfach, was du gedacht hast Ne, jetzt nie mehr Ich weiß, was ich tun Sind schon in Ordnung Du kommst mit allen drei Jokern dahin Du nutzt keinen, weil du dir zu fein bist Weil du denkst Hey, du hast das in der Tüte Du hast das sicher eingetütet Scheiße, hab ich eingetütet, Jasmin Denk nach Nutzen den Joker, wenn du n-n-n-n-n Ach, das ist doch Dabei sind die Fragen nicht schwer hier Bis hier hin Ich möchte gerne mal wissen, wie es da oben aussieht Nur wenn du zu doof bist Ist im richtigen Moment das Richtige zu tun Gut, egal Wie gesagt, ich werde das weitermachen Mit dem Ziel der Millionen Ich denke, bei dem Spiel ist das durchaus noch machbar Einfacher machbar als bei den anderen Dingern Weil es einfach Junior ist Es sollte leichter sein Schätze ich Ähm Ja Dann hört ihr mich beim nächsten Mal wieder Bis dann